Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Leider sind wir ein bisschen verzögerungsmäßig hier dabei beim Einstieg, weil die sind jetzt, dass es gar keine Mücke war, sondern keine Fliege war, sondern eine Mücke. So. Nein, dann macht er. Oh, kacke. Ah, ja. Das ist schon mal überall die Camper auf der Festung. Wer die Festung zuerst einnimmt, der hat hier echt ein gutes Spiel. Aber dass das Team das hier nicht so beherrscht mit denen einnehmen und so, das ist, also nicht mit denen einnehmen und sich, sondern hier hat das mega, also die Wetter. War ich nicht irgendeine Flacke? Na sicher. Hate these weather effects. Deine Mutter hat dich ja auch gehasst, Junge. Warte mal, ich kann nicht eigentlich... Moment, abbrechen. Kann ich den eigentlich anpassen? Luftcamper. Bomberkipp. Ne, ich will das nur sehen. Zwillings-MG. Leuchtvergelder. Tempo-Boost. Ich glaube, ich kann mir mal den. Ja. Und dann nehmen wir den roten Baron. Und dann steigen wir mal damit rein. So fliegt sich das übrigens. Halt, ich bin einnimmig. Warte. Ja. Ja, ich bin einnimmig. Do you hate fuck? Es fliegt sich halt echt beschissen. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Also tut mir leid, wenn das ein bisschen eisi ist. Ich habe ihn getroffen, aber dann habe ich die ... Ich bin britisch wahrscheinlich. In dem Fall. Jetzt habe ich hier eine Mücke, ey. Was sind minus 50 Milliarden Grad draußen und diese Ficker sind trotzdem unterwegs. Da ist auch mein Panzer. Danke. Das weiß ich nicht mehr. Wer war denn so schlau jetzt hier den Rauch hinzusetzen, Junge? Natürlich, null Damage. Alles klar, null Damage zweimal. Ich kann mir nicht erzählen, dass ich abgeprallt bin oder so. Oh, da ist schon mal so ein Idiot mit so einem One Man Ding unterwegs. Eigentlich wollte ich ja den gegnerischen Bomber angreifen mit meinem Jäger. Aber da war keiner mehr. Also ich habe mich halt nix mehr gesehen in diesem dezenten Nebel. Und da, dass ich es versinkt. Was denn da will? Na, Alter. Fick doch die Henne, Junge. Diese Scheiße einmal überall. Nehmen wir mal das Eingriffsflugzeug, nehme ich jetzt nochmal. Ah, natürlich. Ich hatte es bei unserem Ficker genommen. Natürlich er hier reiste. Wir haben Einsatzziel Caesar erobert. Wo? Ich müsste ja meinen eigentlich, bei dem Nebel können ja die Sniper nicht so weit schießen oder so gut sehen oder so, ne? Denn wir haben die H fists zu bedenken. Wir haben einsatzziel Friedrich Verlangen. Die Sniper nicht so weit schießen. Ich weiß ja, wenn wir das nicht so weit schießen und dann đâu. Wir haben einsatzziel Friedrich Verlangen. Dann gehen wir mal auf einmal hin. Dikkat ehe, da ist ein Götzü. Da ist ein Götzü. Da ist ein Götzü. Alter! Dülig! Duw, du wachst. Dieser Götzü. Du? Also natürlich das Tankgewehr, weißt du. Komm schon. Haben wir hier auch eine Flöcke? Ne. Ein Pferd haben wir hier. Dann würde ich einfach alles verlieren, weißt du. Alter. Von wo? Was? Da hab ich mich erschrocken. Ah, Mann. Sind die denn nicht in der Lage? Wie kann das denn sein? Da stehen die da nebeneinander. Da stehen die nebeneinander und sehen das nicht, dass da ein Feind ist. Alter, seid ihr nur bescheuert oder tut ihr nur so, Junge? Schießt er auf mich, weißt du, weil ich ja neben ihm spawnen. Alles klar. Weißt du, wenn du immer unten das Ding zu haben, du müsstest das auch so sehen, dass du das wirklich siehst, so. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Mhm. Ich hab... Ich bin nur verrickter. Ich hab drei auch bis jetzt, ne. Was ist denn hier mit dem Panzer? Hi. Ganz ehrlich, diese Granoten, das ist so eine räudige Scheiße. Ich hab schon überlegt, ob ich die Granoten gegen Dynamit tausche. Kann ich ja eh auch die Panzerabwehrmine kaufen. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Die kaufe ich mir jetzt mal. Dann probiere ich die mal. Natürlich bringen mir die jetzt nichts, aber... Da müsste der halt wirklich da reinfahren. Legg mir den im Sack her. Weil sie nur alle snipen. Ich weiß, wie ist das? Ich weiß, wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 alles klar wir schießen durch die mauern und durch die wände und sind 15 jahren leute mehr was ist das so eine scheiße hier wenn wir das auch noch verloren gehe jetzt fick ich eure mütter ich hab sogar sieben von zehn schon war das war nicht wanderer ein dezent wie wahrscheinlich mit den idioten in einem team ich möchte gerne in den dreadnought kann ich in den dreadnought ich werde nicht in den dreadnought Dreadnought Er ist inzwischen fast drauf, wie klickt er Wir werden leider nicht so weit schießen, wir müssen ein bisschen näher ran Ich hab Festungen, du suchst aber nur die Festungswelle Beim Pferd verwundet Jetzt hat sie uns nicht ein Torpedoboot eingegriffen Da kommt schon eins, das ist mir nicht sicher Mein Vortrag zerstört Das ist ein Torpedoboot Das ist ein Torpedoboot Das ist ein Torpedoboot Das ist ein Torpedoboot Wir haben Einsatzziel Albert erobert Das ist ein Torpedoboot 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 Ich habe noch einen Schuss. Sanitäter Klasse, da kannst du nämlich dir eine Klasse mit erhöhen, finde ich ziemlich wie nah. Ich sehe aber keine, wo sind sie denn? Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. Ich habe eine Bombe. Was ist das? das sind so echt die roten mit also für den zeppelin habe ich aber ja gut in der fahrer position wir haben einsatz ziel friedrich verloren bis jetzt hier bisher bis hierhin die auch leck mich am sack ja fickt doch die mutter junge da rennt er fünf mal hin und her und schon geht alles daneben wie sie es aber auch nicht checken weißt du sag mal den gegner knapp immer holt wir haben einsatz ziel emil verloren jetzt sind sie rausgegangen wieso bin ich eigentlich sani achja ich habe ja sani ihn an wegen der spritze weil ich das auch noch machen muss jetzt haben sie e und f wieder einen ich krieg niemand mehr die punkte dafür ey so ne scheiße wir haben einsatz ziel gustav erobert und die folge wollen wir da wieder rein und die folge wollen wir da wieder rein ok glaube ich niemand mehr was um mich zu heilen auch hier die mücke Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Aber noch einer. Alles klar. Kleine Fotzen, ey. Ist da natürlich irgendein One-Man-Tank? Ein One-Man-Tank? Hätte er aber eh rumcampen, weißt du? Oh, ey, fick doch deine Mutter, Junge, du Pisskind! Scheißverfickter Sniper! Da steht einer am Schützer, checken die nicht mal! Aber guck doch diese Noobs an! Fick doch dich, das kann nicht sein, ey! Hier ist jeder zweite Ficker als hier Sniper! Alles klar! Wir gewinnen! Wir sind glücklich, dass die Snipern sind ja nämlich nur ein Schelle weg. Jetzt sind sie bei der G, ey, willst du mich verarschen? hope Sie sind auf друг enem? Ich bin ein Schell, lieber ein Schell! Kannst du auf doch mal her? Ich bin ein Schell Ey, dieser Krebsficker da hinten, ne? Sieg! Tja, so läuft's, manchmal, aber jetzt keine bezaubern Runde, nur knapp 9000 Punkte, okay. Ah ja, ganz toll, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich war der beste Pilot mit meinen geilen 400 Punkten, 11000 Punkten, nur, das ist so scheppig, wir sehen uns, ich sage tschau.